So Leute, willkommen zurück zu Battleshock Infinite. Im letzten Part haben wir ungewollt Geld gestohlen. Ich weiß nicht, ich hab... Anna. Ja, natürlich brauchen wir Geld. Schöner Themawechsel, by the way. Das war scheiße, Elisabeth, von dir. Sign up! Help Duke protect the skies. Join the junior flying squad today. Die schicken nicht erst auf Kinder hin. Oh Gott. Na, hajot, sag ich doch. Ein richtiges Wind ist gekommen. Die Vox, die Vox. Die Vox Populi. So. Naja, Elisabeth, sie haben mich angegriffen. Das ist ein Knacken. Bist du ein Schlau-Kopf? Oder ein Schlau-Kopf? Sau-Kopf. Sau-I-Sau. Oh, Souvenirs. Da guck mal, da ist ein toller Songbird. Das war eine kurze Distanz. Okay. So. Founders Books. Da steckt fast Booker drin. Also da steckt Booker drin. Nur halt das Book von Booker. Ah, vergiss es. Hallo, Fink. Ähm. Ah, da. Brauch ich aber nicht. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. So, was hatten wir hier? Ah, den Kollegen. Ja, den hab ich auch noch gesucht. Okay, jetzt hab ich wieder nicht genug für das hier. Aber fast. Ähm. Naja, ich glaube fast, ich will die Krähenfalle. Na so, was ist... Ach so. Ich dachte, du meinst den kosten. Aha, auch nicht schlecht. Bitte sehr. Danke. So. Sonst noch was hier? Hall of Heroes closed? Was? Also, 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 also. Erleben Sie die Zukunft? Ah, es hat mir schon. Ja, ja. Ja, ja. Ich werde keine Müttern übersehen, vor allem nicht mit so reichen Hausbeute. Bäm. Invincible Powers. Da, Schlau-Kopf und Schwach-Kopf. Sie wissen das. Denk dran, sei kein Schwach-Kopf. Ja. Wie kann man das bestimmen? Es muss was speziell kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten gelebt. Äh... Aber sie sind... ein bisschen verstörend. Ein bisschen verstörend. Okay, die Kinder sollen sich das Theater ansehen, solange sie wollen, bis der Prophet uns weiteres sagt. Der Prophet wird uns sagen, was wir tun sollen. Aber was sage ich den Jungs? Sie stellen so viele Fragen, ich habe keine Antworten. Naja, du könntest sie auch zur Higa checken. Immer ein freies Bett sehen da. Ich mag diese Pop nicht. Und was machst du da? Oh, du spielst den Typen, hä? Armer Trottel. Kann ich den Kopf haben? Ups. Das wollte ich nicht, ich wollte... Ich wollte den hier machen. Was sagt sie? Ja, sie schaut sich das Schaufenster an. Nicht schlecht, Elisabeth, nicht schlecht. Also das war jetzt echt keine Absicht, echt nicht. Keiner da, keiner da, keiner da. Oh, enttäuschend. Da ist schon mal niemand da und dann sowas. Ab im Oxyfon. Ah, okay. Rosalind. Als kleines Mädchen träumte ich oft. Ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Ich wollte nur das Turmband authentisch gestalten. Ist da nichts versteckt? Ist da nichts versteckt? Ach, apropos Bücherregal. Das eine da, wenn ihr euch noch erinnert, in der Villa von Vincent Raven. Ich habe mir, also ohne Scheiß, das könnt ihr mir glauben oder nicht, aber ich habe mir gleich gedacht, als ich das gesehen habe, dass das irgendwie seltsam aussah. Also dass das irgendwie verschoben werden könnte. Ich habe mir das wirklich gedacht. Ohne Scheiß jetzt mal. Und ich stand glaube ich auch, ich weiß nicht mehr genau wie das war, aber ich stand glaube ich auch einmal daneben und meinte irgendwie, es gäbe keine Option das zu verschieben. Aber man kann das verschieben, das Scheißdrecksteil. Aber naja, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ah, ein Lockpick. Ah, wir haben fünf, okay. Wunderbar. Hallo. Hat ja jemand erlaubt, Pause zu machen? Ich denke nicht. So. Eine Dose wohnen. Aus dem Mülleimer. Oh. Wie könnte ich da wieder stehen? Bucker will auf dem Pferdchen reiten. Es ist... Bucker will aber das Pferdchen besteigen. Er ist aber... Er ist aber... Wo bist du? Ich finde dich. Ja. Ja, du musst jetzt leider etwas warten, denn Bucker will... Ah. Die lustigen Sachen darf man ja nicht. Aber Clown. Höh, Clown ist ja so witzig. Höh. Naja, eigentlich schon. Back in five minutes. Ja, bestimmt. Gondola to the first day, die Aerodome. Ah, gut, da wollen wir ja hin. Na, hallo. Na, grüß Gott. Guten Tag. Mülltonne. Jemand schmeißt Gesundheit in die Mülltonne. Ich hab' Geld gefunden. Damn, damn, damn. Danke. Hier. Bam. Danke dir. Sehr aufmerksam. So, jetzt fliege ich aber nochmal zurück und hol mir den Tresor. Also, wir sehen uns dort. Teleport. Und Teleport Ende. Ich hab mal wieder die Pistole statt Karabiner genommen, weil mir das irgendwie nicht gefällt und ich damit nicht umgehen kann. So. Jetzt aber knackt die Scheiße. Das ging schnell. Nur Geld? Nur Geld? Dafür hab ich mich teleportiert? Naja, gut, es ist viel Geld. Jetzt kann ich mir die Krähenfalle Hilfe leisten. Als wir sehen uns wieder vor dem Vigor-Automaten. Bis dann. Teleport. Ah, das geht langsam auf die Arme. Ah, und bam. So, jetzt gibt es mir. Geht bis mir. Ja, ich hoffe, das ist jetzt keine Geldverschwendung. Aber ich vermute mal, nein. So. Bewirkt, dass die Opfer von Killer Krähen zu Krähen fallen werden. Danke. So, jetzt bin ich zwar fast pleite. Wenn man es so sehen will. Aber, naja. Ich mag die Killer Krähen. So, wo wollen wir denn jetzt lang? Wir wollen jetzt möglichst geschwinden Fußes. Der Turbo-Dame dahinter hier. Komm, machen Drift. Bitte machen Drift. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schock-Jockey zu laufen. Das passt ja mal. Suche Schock-Jockey in der Hall of Heroes. Was? Wollt ihr zulassen, dass ihr eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Na, warte. Dieses Schwein finde ich. Handelt für eure Frauen. Ja. Handelt für euren Propheten. Ja. Ja. Ich werde dieses miese Arschloch finden. Deshalb befehlst du mir. Ähm, Bukka? Ja, was ist denn? Ich glaube, du bist. Schnauze. Ich bin auf der Suche. Ups. Guten Tag, Sir. Au. Arschloch. Au. Au. Seid ihr des Wahnsinns. Ho, 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 ho. Ihr Pissnecken. Ihr habt ihn verloren. Bla, bla, bla. Mann, 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 Leute. So, hier. Hab ja die neue Kraft. So. Wo sind die Fallen? Da sind die Fallen. Sehr schön. Ist natürlich bei großen Gegnerhorden. Ähm, sehr praktisch. So. Ist das jetzt die Falle oder sind das nur die Krähen, die rumfliegen? Hm. Nun ja. Ja. Ja, fragst du dich auch, hä? Ich hab du gesagt, ich bin flowy. Was war das? Moni. Wo muss ich denn dann? Oh. Tja, ähm. Rückzug. Ja. Okay. Könnt ihr diesen Fall mal öfter benutzen. Ah, okay. Hier ist es. Na dann. All of Heroes. All of Heroes. Bis auf weiteres geschlossen. Wusste ich's doch. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Das soll ich das noch nie betrachtet. Gute Idee, Bocker. So, wo kann man denn das Scheißteil hier bedienen? Da. Push. Bäm. Ganz allein. Na, vergiss es. Oh. Was zum Teufel. Stimmt etwas nicht? Ach nein, dass ich das ausgegangen bin. Wir stecken fest, aber sonst ist alles in Ordnung. Warum ist es so still? Das muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ja, Bocker. Oh, da ist der der Bock in der Bronco. Tja, das wäre leider keine Zeit mehr. Sollte mir die Steuerung ansehen. Ist wohl ein kurzer. Naja, das ist ein kurzer Bocker, aber wir machen das erst im nächsten Part. Also, bis dahin. Bis dahin habe ich ein bisschen Spaß mit der Disapp 4 im Aufzug. Ganz alleine. Bei diesem erotischen Rotlicht. Ja, vergiss es. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao.